Es gibt so ein bisschen Schwierigkeiten mit WeShare-Fahrzeugen, die an Ladestationen abgestellt werden und dort zum Teil entweder gar nicht ladend abgestellt werden oder dort schon seit vielen, vielen, vielen Stunden nicht mehr ladend stehen und damit natürlich die Ladestationen für andere Benutzer blockieren. Wir wollen mal hören, ob WeShare eine Lösung dafür schon hat. Und ich bin jetzt mal wieder für euch unterwegs nach Berlin rein zu meinem Gesprächstermin mit WeShare. Da fahre ich jetzt Richtung Alexanderplatz und wenn ich dort angekommen bin, dann geht es weiter. Ich bin jetzt auch angekommen hier in der Mollstraße bei WeShare und neben mir sitzt der Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mal ein bisschen mit uns über WeShare zu sprechen. Da sind wir schon beim Thema, was ist WeShare? WeShare ist ein rein elektrischer Free-Floating-Carsharing-Dienst von Volkswagen. Wir sind jetzt seit sechs Wochen in Berlin live und hoffentlich habt ihr sie auch gesehen. Also ich habe zumindest auf der Herfahrt eine ganze Menge WeShare-Fahrzeuge gesehen. Die sind ja alles E-Golf. Es gibt ja in Berlin auch schon andere Anbieter, die mit E-Fahrzeugen durch die Gegend fahren. Habt ihr irgendwie in der Phase vorher so ein bisschen geguckt, was machen die? Was machen die aus eurer Sicht falsch? Was können wir besser machen? Also es ist natürlich klar, wir werden natürlich öfters gefragt, warum ist Volkswagen jetzt erst zu spät eingestiegen. Ganz ehrlich, wir haben das zu einem Zeitpunkt gemacht, als wir auch immer sicher waren, dass das elektrisch funktioniert, weil Städte sollen, wir leben alle hier in urbanen Ballungszelten und die sollen leiser sein. Und die sollen natürlich letztendlich irgendwann auch von privaten PKWs befreit werden sollen. Und das funktioniert eben nur, wenn es elektrisch ist. Und die Rahmenbedingungen für uns waren jetzt eben so gut, dass wir gesagt haben, jetzt ist es sinnvoll. Und es passt natürlich auch zur Strategie von Volkswagen. Das wisst ihr alle, ihr seid Profis, ihr wisst, was Volkswagen gerade investiert und was auch nächstes Jahr an Modellen da hinzukommt. Ja, also wir sind sehr gespannt. Es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass einfach die Stimmung gegenüber Volkswagen ein bisschen gespalten ist. Stichwort Dieselskandal, das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist das Engagement, was man sieht, was investiert wird und was Volkswagen macht, natürlich, da spitzen schon ganz viele die Ohren und gucken ganz genau hin. Was würdest du sagen, was WeShare besser machen will als andere Car-Sharer, egal ob jetzt mit Benzinern oder auch meinetwegen speziell mit Elektrofahrzeugen? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir, du hast es eingangs angesprochen, dass du viele WeShares gesehen hast. Genau, das ist eigentlich schon mal der erste Punkt. Wir wollen, das haben wir auch aktuell kommuniziert, sind jetzt bei 1500 Fahrzeugen hier in Berlin. Wir wollen Anfang 2020 auf 2000 Fahrzeuge noch gehen. Das heißt, warum denn gleich so viele Autos? Wir wollen für den Kunden wirklich eine hohe Verfügbarkeit zur Verfügung stellen und damit auch potenziell höher als beim Wettbewerb. Die größte Hürde, und das kennen wir wahrscheinlich von uns alle und von unserem eigenen Verhalten, ist Bequemlichkeit. Das heißt, wenn ich einen Privat-Pkw habe, der mir eben permanent zur Verfügung stellt, auch wenn ich ihn nicht immer nutze, dann ist das eben eine große Hürde. Und den abzuschaffen, meine ich. Es ist eine große Hürde, den abzuschaffen, weil das Komfortlevel eben so hoch ist. Wenn ich aber einen Service habe, wo ich potenziell ein Fahrzeug nutzen kann, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir mal überlege, ob ich meinen Privat-Pkw denn wirklich noch brauche. Aber das funktioniert eben auch nur, wenn ich eine Sicherheit habe, dass ich ein Fahrzeug, wenn ich denn eins brauche, auch benutzen kann. Und wir sehen auch in den Nutzerzahlen, dass natürlich der Carsharing-Kunde nicht nur Carsharing benutzt, sondern der benutzt auch ganz viel ÖPNV oder andere Mobilitätsdienste. Aber er benutzt eben nicht sein eigenes Auto. Das heißt, ÖPNV ist das Rückgrat. Aber es gibt ja auch viele politische Parteien oder Strömungen, in denen man sagt, okay, man muss das Auto abschaffen und man steigt auf ÖPNV und Fahrrad um. Und ich glaube, dass die Forderung eben zu radikal ist, weil es eben Situationen gibt, in denen ich ein Fahrzeug brauche. Das heißt, ihr steht voll hinter dem Konzert-Modalsplit? Absolut. Also ich glaube, wie in allen Fragen ist es absolut falsch, dass man sozusagen jetzt auch noch unterschiedliche Verkehrsträger irgendwie versucht, gegeneinander auszuspielen. Also wir können ja einfach sozusagen faktenbasiert diskutieren. Und wenn man sich die Fahrgastzahlen der BVG in den letzten zehn Jahren anschaut, Überraschungen, die sind halt nur gestiegen. Und ich glaube, jeder, der der öffentlichen Personennahverkehr benutzt, hat jetzt nicht das Gefühl, dass er dort alleine ist. Also gerade in Berlin. Das heißt, die Zahlen steigen dort auch, trotz allen anderen Mobilitätsformen. Aber es steigen eben auch alle anderen Mobilitätsformen. Und ich denke, es verhält sich dann immer komplementär. Und das Grundziel sollte aber ja dann doch sein, dass eben vor allem Autos besser genutzt werden. Wir kennen alle die Statistiken, dass ein Auto im Schnitt 23 Stunden am Tag eben steht. Das heißt, es wird eine Stunde am Tag genutzt. Die Auslastung beim Carschellen ist natürlich wesentlich höher, weil wenn wir nur noch, wenn wir nur eine Miete am Tag pro Auto hätten, dann könnten wir auch wieder eigentlich schließen. Das heißt, die Auslastung beim Carschellen ist einfach höher. Das Auto wird öfters pro Tag angemietet. Es wird auch öfters bewegt. Und verblockiert dadurch auch nicht so viel öffentlichen Raum. Also du bist ein hervorragender Interviewpartner, weil du dir alle Fragen vorweg nimmst, die ich dir stellen will. Ich wollte nämlich auf das Thema Auslastung natürlich auch zu sprechen kommen. Ich schiebe aber nochmal eine Frage ein. Euer Geschäftsgebiet ist ja natürlich auch nicht das ganze Stadtgebiet Berlin. Und geschweige denn außerhalb Berlins. Und ich komme ja nun, bin jetzt auch gerade hier von außerhalb Berlin hierher gefahren und habe auch definitiv überlegt, mit einem WeShare Auto mal hierher zu fahren. Einfach auch nochmal, um das Feeling zu kriegen und zu gucken, wie es jetzt im Moment läuft. Und da muss ich dann sagen, das ist für mich dann irgendwie komisch, das Auto irgendwo in der Mitte stehen zu lassen, dann umzusteigen und mit einem anderen Fahrzeug weiterzufahren. Gibt es denn Visionen, zu sagen, dass man vielleicht in den äußeren Bezirken vielleicht auch sich ausdehnt, vielleicht nicht als Free Floating Konzept, sondern als stationsgebotenes Konzept an irgendwelchen Plätzen, wo es sich ergeben könnte, dort wirklich ein Fahrzeug zu positionieren oder Fahrzeuge zu positionieren? Ja, also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was viele, viele Menschen umtreibt. Ich versuche jetzt drei Punkte zu nennen. Also zum Ersten, was wir jetzt für WeShare erstmal schon kommunizieren können, ist, dass wenn wir die Anzahl der Fahrzeuge Anfang nächsten Jahres erhöhen werden, dann wird auch das Geschäftsgebiet wachsen. Wir wissen gerade noch nicht, wie weit, aber es wird auf jeden Fall wachsen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich glaube, das Thema ist eigentlich eher ein ganzheitliches Thema für ganz Berlin. Also was ich damit meine ist, Berlin hat eine Fläche von 900 Quadratkilometern ungefähr. Und wenn wir eben bei dem Thema von vorhin sind, dessen Carsharing-Auto eigentlich die Vorteile eines eigenen Autos bietet, aber besser, dann brauche ich ja eine gewisse Abdeckung in den 900 Quadratkilometern. Also je nach Studie oder je nach Firma kann man sich darüber streiten, wie viele Autos man als Zielmarke benötigt, um diese 900 Quadratkilometer abzudecken. Aber ich würde mal sagen, unter 15.000 sollte man wahrscheinlich eher nicht anfangen. Jetzt haben wir natürlich mit unserer Flotte... Ihr seid bei einem Zehntel jetzt, immerhin. Genau. Das ist schon mal ein Hausnummer. Ihr habt schon gesagt, ihr wollt eure Flotte noch erweitern auf etwa 2.000 Fahrzeuge. Bleibt es bei den E-Golfs? Nee, Anfang nächsten Jahres kommt der E-Up, aber der E-Up kommt mit einem größeren Batterie-Paket. Anfang nächsten Jahres. Und darf man sich auch auf einen ID.3 freuen, perspektivisch? Also das liegt auch in meinem persönlichen Interesse, weil ich natürlich auch mich sehr, sehr freuen würde. Wir geben alles dafür. Okay. Und wie sieht es mit Nutzfahrzeugen aus, so ein E-Crafter? Weil du hast IKEA vorhin auch angesprochen als Beispiel. Genau. Ja, wir haben uns das angeschaut. Es gibt es ja eben auch beim Wettbewerb. Und wir hatten dann zeitweise ein Thema, was natürlich ein großes Elektromobilitätsthema ist, dass schlichtweg die Autos einfach nicht verfügbar waren in den entsprechenden Fahrzeugklassen. Auch bei uns nicht im Konzern. Die sind aber jetzt langsam da. Und auch das wollen wir uns anschauen. Ja, klar. Wenn ich jetzt bei euch ein Fahrzeug miete und fahre damit durch die Gegend. E-Fahrzeuge müssen ja irgendwann mal mit Energie versorgt werden. Wie mache ich das bei WeShare? Ja, muss ich also eine nächste Ladestation ansteuern? Wie läuft das bei euch? Ja, also aktuell ist es so, dass sich der Kunde eigentlich um nichts kümmern muss. Das heißt, die Autos sind immer ausreichend geladen. Und das war es eigentlich. In Zukunft wollen wir aber auch die Kunden darüber inzentivieren, dass die natürlich einen Bonus bekommen, wenn sie Fahrzeuge aufladen. Aber ihr wisst es selber, es gibt eine große Hemmschwelle, einen Stecker zu stecken, wenn man das noch nicht gemacht hat. Aber wir wollen natürlich auch den Kunden dazu initiativieren. Aber aktuell machen wir es noch nicht. Aktuell ist es wirklich ein Dienstleister. Das heißt, der Kunde kann fahren. Und ich glaube, was sehr schön ist für den Kunden, wenn er das erste Mal fährt, dass er auch sieht, wie die Reichweite sich entwickelt. Und eben nicht so stark abnimmt, wie er das vielleicht dachte irgendwie vorher, wenn er so durch die Stadt fährt. Wie sieht das aus? Also der Dienstleister, die Fahrzeuge werden eingesammelt meist zu Nachtzeiten und werden dann zu entsprechenden Lademöglichkeiten öffentlich und halböffentlich gebracht. Jetzt habe ich es ja im Anteasern schon gesagt. Jetzt kommen wir vielleicht zu dem Thema, wo wir ein bisschen auf den Stühlen anfangen zu rutschen oder auch nicht. Also ich nicht, aber vielleicht du, weiß ich nicht. Wir sind ja selber viel mobil in Berlin unterwegs und wir kriegen ganz, ganz häufig Fotos von WeShare-Fahrzeugen. Auch von anderen natürlich. Geht genauso für die anderen elektrischen, aber eben auch von WeShare. Und wenn man dann guckt, dann stehen die an der Ladestation. Das letzte Foto, das wir bekommen haben, war seit 31 Stunden. Ja. Ohne Parkscheibe und überhaupt eben länger als das Berliner Modell das erlaubt. Und das sorgt für, gelinde gesagt, Unruhe und auch Unmut. Und deswegen machen wir ja unter anderem auch den Termin heute, dass du mal die Möglichkeit hast, dich dazu mal zu äußern, wie es dazu kommt und was wir alle oder ihr und wir auch als Nutzer tun können, damit sowas natürlich nicht passiert. Ja. Also grundsätzlich ist es so, ich habe dir das anfangs gesagt, ich bin schon wirklich sehr lange in der Elektromobilität tätig und wir sehen uns als Beschleuniger der Elektromobilität und nicht als Verhinderer, um das ganz klar zu sagen. Das heißt, für uns ist es immer wichtig, wenn wir in eine Stadt kommen, dann bringen wir in einer gewissen Art und Weise auch Infrastruktur immer mit. Das war der Presse zu entnehmen. Also wir haben eben eine Kooperation mit der Schwarzgruppe, also mit Lidl Kaufland, geschlossen. Es werden also aktuell 70 Kaufland- und Lidl-Märkte in Berlin mit DC-Ladern, Triple-Chargern, 50 kW, also schon die großen Dinger. Ihr wisst alle, in Berlin gibt es aktuell ungefähr 10 DC-Lader. Und wir werden jetzt... Und die nie alle funktionieren. Und nicht alle funktionieren. Also 8 oder 7. Und genau. Und jetzt stellt euch einfach mal, jetzt gibt es auf einmal 70. Halböffentlich heißt das, die sind zu Eröffnungszeiten, dass wir der jeweiligen Lidl- und Kaufland-Filiale für alle Lidl- und Kaufland-Kunden geöffnet. Aber nachts steht diese Infrastruktur eben exklusiv für uns zur Verfügung, sodass unsere Dienstleister dort die Fahrzeuge laden können. Ich denke, das ist ein schönes Konzept, weil es win-win ist, weil es tagsüber eben die Möglichkeit gibt, für die Supermarkt-Kunden dort zu laden und uns nachts. Zum einen muss ich aber sagen, dass... Wie es in der Elektromobilität so ist, wir wären gerne mit dem Ausbau schneller, aber Stromnetz Berlin, Netzanschlüsse, Kapazitäten, das zieht sich alles noch ein bisschen. Und wir haben eben nicht nur mit Lidl- und Kaufland-Filialen, sondern wir haben auch andere Partnerschaften. Wir laden zum Beispiel bei der Eno2Grid am Eurev Campus und es gibt noch ganz viele weitere Partner. Ungefähr zwölf sind es in Summe, die ich jetzt hier nicht alle runterrattern möchte. Ich wollte nur erst mal klarstellen, dass wir in der Lage sind, auch unabhängig vom öffentlichen Netz, die Flotte zu laden. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, wir laden auch öffentlich. Und manchmal kommt es eben zu Situationen, wo der Dienstleister überlastet ist. Es gibt Situationen, wo eben das Fahrzeug oder wo es auch ein IT-Problem gibt. Das heißt, du hattest die 31 Stunden angesehen, wenn wir eben das teilweise... Müssen wir uns da noch einspielen? Das ist auch ganz klar, aber da geloben wir Besserung und wir haben auch versucht, immer zu reagieren und das auch mit dem Dienstleister zu besprechen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, das ist aber noch viel wichtiger, ist unser Kunde. Den können wir... Also das sind ja Menschen wie du und ich und der kann natürlich das Fahrzeug an der Ladestation abstellen, ohne den Stecker zu stecken und ohne eine Parkscheibe ins Auto zu legen, weil er denkt, dass er das Auto dort abstellen kann. Und das ist auch nochmal ein klarer Appell hier, auch an unsere Nutzer. Das dürft ihr nicht. Das ist nicht korrekt. Ich möchte dir mal ganz kurz, dich ganz kurz unterbrechen und vielleicht nutzen wir wirklich mal die Chance, das nochmal klar zu sagen. Also die Berliner Beschilderung an den Berliner Ladestationen im Öffentlichenbereich ist eindeutig. Das heißt, es wird nur geparkt während des aktiven Ladevorgangs. Das ist bitte ganz, ganz wichtig. Das Fahrzeug muss definitiv laden. Zweitens zwischen 8 und 18 Uhr nur maximal 4 Stunden Standzeit. Danach kann das Fahrzeug auch länger bleiben. Wir haben selbst schon Polizisten erlebt, die diese Beschilderung nicht verstanden haben. Wir wissen aber, dass jetzt eine Anweisung und eine Schulung bei der Polizei war, dass die das besser können. Also deswegen auch nochmal den Appell und die Bitte, denke ich mal, von uns beiden, absolut wirklich sich an diese Beschilderung zu halten. Sie ist eindeutig und sie gilt für alle Ladestationen nach dem Berliner Modell. Also auch, ihr denkt an die anderen Videos, die wir dazu gemacht haben, an den Ladesäulen von Innoji. Da gilt genau das gleiche Modell. Was mache ich jetzt als Nutzer? Ich komme an eine Ladestation. Da steht meinetwegen ein Fahrzeug, was lädt, irgendein privates Fahrzeug und da steht der WeShare Golf, der da eben seine 31 Stunden schon vor sich hin löllert und nicht mehr lädt inzwischen. Und ich muss da laden, weil ich bin schon in der Schildkröte. Wie kriege ich jetzt sozusagen den, ich lasse mal den Privaten jetzt außer Acht, der hat seine Ladescheibe hingelegt, da weiß ich, der ist erst seit zwei Stunden dran, alles gut. Aber der Golf da, der ist da irgendwie falsch. Was mache ich? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist natürlich WeShare-Kunde werden und das Auto sozusagen entkoppeln und wegzufahren. Dann müsste ich allerdings für mein Fahrzeug erstmal irgendwo einen Parkplatz suchen. Okay. Also sozusagen, das wäre die schnellste Variante wahrscheinlich. Die zweitschnellste Variante ist aber, wir haben in 24 Stunden Customer Service, das ist eine Berliner 030 Nummer, einfach anrufen und die kümmern sich drum. Ich glaube, wir blenden die Nummer dann nachher einfach mal unten ein. Das alle das sehen, schreiben Sie in die Videobeschreibung mit rein. Fabian, habt ihr schon irgendwelche Ideen oder Vorstellungen, wie man das ein bisschen noch optimieren kann, dass Fahrzeuge, die schon fast vollgeladen sind, mal als Beispiel, oder Fahrzeuge, die schon, sagen wir mal, ein bisschen länger an der Ladestation stehen, vielleicht eher angemietet werden, als Fahrzeuge, die vielleicht noch nicht so vollgeladen sind? Also wir haben grundsätzlich, ist es so, auch vielleicht zum Verständnis ist, dass wenn das Fahrzeug einen 80% SoC, also State of Charge, Status hat, dann ist das Fahrzeug wieder sichtbar, überhaupt in der App und das heißt, allein schon in dem Zeitpunkt, und das wisst ihr, ihr wisst, dass die Ladung von 80 auf 100% proportional am längsten dauert und auch in dieser Zeit wird das Fahrzeug schon aktiv, sozusagen in der App für den Kunden angezeigt. Es ist nicht so, dass wir das erst freigeben, wenn es 100 hat, das wäre Quatsch. Das zum einen, zum anderen auch wegen auch nochmal Aufklärung. Also auf unserer WeShare Webseite haben wir auch ein Tutorial über das Laden, wo das erklärt wird, auch wie man es wieder abklemmt, etc., weil eben Bilder eigentlich ganz gut funktionieren. Genau, aber wir nehmen das nochmal mit, ob es da eventuell ein Mechanismus gibt, dass man die vielleicht irgendwie früher an der Zeit bekommt. So eine Art GPS-Tracking, wo die Fahrzeuge genau stehen und das ist da jetzt vollgeladen und steht schon ewig, ist wahrscheinlich schwer umzusetzen. Also ja, es ist wirklich, perspektivisch ist es so, dass wir natürlich den halböffentlichen Teil immer weiter steigern wollen, sodass wir insgesamt einfach die öffentliche Infrastruktur weniger frequentieren, weil die ja eben für die Nutzer zur Verfügung stehen sollen. man muss aber auch sagen und ich habe mich wirklich nächtelang ins Auto gesetzt und wir haben Ladepunkte abgefahren in Berlin. Die Auslastung ist halt an bestimmten Punkten hoch, aber es ist insgesamt natürlich noch sehr niedrig. Also das haben wir schon auch festgestellt. Leider ist das Blocken von Verbrennerfahrzeugen vor der Elektroladesäule dann auch nochmal. Wobei ich eher das Gefühl habe inzwischen, dass es eher wirklich das Blocken von durch Verbrenner immer mehr zurückgeht und wirklich die Ladestation immer stärker durch Elektro und vor allem auch Carsharing-Fahrzeuge eben verwendet werden. Das ist ja auch das Ziel der Geschichte. Fabian, so aus den ersten sechs Wochen kannst du vielleicht so ein, zwei Geschichten, Anekdoten erzählen aus eurem Live-Betrieb, den ihr jetzt habt? Ja, also das Thema Elektromobilität hat eben natürlich seine Grenzen. In der Tat auch für einen Nutzer, der ist wirklich einfach losgefahren und hat einfach alles ignoriert und ist dann einfach irgendwann stehen geblieben und wusste dann nicht mehr, wie er zurückkommt. Also das gab es auch in der Tat. Langstreckenfahrt. Langstreckenfahrt, genau. Und wir haben auch einen Nutzer wirklich gehabt, der sehr, sehr panisch beim Customer Care, also beim Kundendienst, angerufen hat, weil das Auto angeblich nicht losfahren würde und die Klimaanleitung noch nicht funktioniert hat und wir haben dann gerätselt und geguckt und gemacht und der hatte halt einfach, das Auto war schon an, aber er hat einfach nicht Gas gegeben, hat einfach nicht mitbekommen, lässt das Fahrzeug an. Ach, okay. Das kommt einfach natürlich dann schon vor, aber sonst muss man sagen, dass die Leute schon elektrisch fahren ziemlich gut finden. Das ist schön, ja. Das ist super. Das ist ja auch was, was wir natürlich auch ein bisschen, wofür wir das alles machen, dass das Elektromobil dann ein bisschen verstärkt wird und Leute vielleicht auch einfach den Spaß haben, das mal mit Wishi einfach kennenzulernen. Und das ist natürlich ein super positiver Nebeneffekt. Fabian, zum Abschluss, du hast über Berlin gesprochen, aber Berlin ist ja nur eine Stadt in Deutschland, es gibt noch ein paar mehr. Was sind so eure nächsten Ziele? Also wir haben in der Pressekonferenz ja schon angekündigt, wir werden auf nächstes Jahr auf jeden Fall nach Hamburg gehen und auch nach Prag. Oh. Genau, zusammen mit Skoda und alle weiteren Städte sind wir gerade intensiv am Prüfen. Okay. Also freuen wir uns auf jeden Fall auf die elektrische Zukunft. Das ist schön. Genau. Also als Fazit, ihr seid erstmal soweit zufrieden? Ja, absolut. Super. Fabian, ganz lieben Dank für die Zeit, für das Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Cool. Ja, und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Das nächste Video, hatte ich schon angekündigt, kommt dann vom EURF-Gelände. Fabian hat das schon angesprochen, da bin ich dann mal bei Audi und zeige euch den Batteriespeicher von Audi. Und jetzt kommt das, was immer am Ende eines YouTube-Videos kommt, nämlich der Hinweis, bitte abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr immer informiert seid, wenn ein neues Video kommt. Das war's für den jetzigen Zeitpunkt und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020